Nun bauen wir unsere linke Hand nochmal richtig gut auf. Und zwar strecken wir ja da immer unseren linken Arm erstmal aus, dass der parallel zum Fußboden steht. Hier siehst du, er ist auch ziemlich parallel zu dem Bild hinter mir. Und dann klappen wir den einfach mal so ein, ohne den Ellbogen groß zu verändern und kommen ziemlich genau schon bei den Punkten an. Siehst du das? So, dann machen wir unser großes C und fädeln den kleinen Finger mal auf der D-Seite auf, der blauen und den Zeigefinger mal auf und die anderen schön in der Mitte dazwischen. Jetzt gucken wir mal, ob wir das noch mal ein bisschen besser ins Bild kriegen. So gerade. Dann nehmen wir das wieder zurück. So, jetzt tupft der Daumen noch mal von unten, dass er schön locker ist. Der ist immer beim zweiten Finger, nur dann ist das Holz noch dazwischen. Aber genau beim zweiten Finger. Vierter aufbauen, erster aufbauen, die dazwischen noch mal durchkämmen, Daumen von unten tupfen und der Ellbogen bleibt die ganze Zeit so schön gerade hier. Jetzt ziehst du noch mal die Seite so richtig mit allen Fingern runter aufs Griffbrett, dass da keine Luft mehr zwischen Griffbrett und Seite ist. Und dann sollte sich das so anhören, wenn du zupfst. Oder auch wenn du die G-Saite dazu nimmst, die grüne. Grün, grün, blau, blau, locker lassen, drücken, tiefes G, hohes G, immer weiter. Wenn du nicht doll genug drückst, dann klingt es ja manchmal irgendwie so. Oder auch so tief. Versuch, dass immer dieser lange Nachklang da ist. Dann drückst du genug. Das ist auch ein bisschen Trainingsfrage. Dann kannst du natürlich die Feuerwehr wieder richtig gut viel spielen. Ich bin von der Feuerwehr. Alle wieder aufbauen. Ich bin von der Feuerwehr. Das geht natürlich aber auf anderen Seiten. Ich bin von der Feuerwehr. Oder du spielst viele Lieder, die wir schon hatten, vom Weihnachtsmann. Oder was haben wir denn noch gespielt? Die Karawane kannst du spielen. Genau. Und ein neues Lied kommt im nächsten Video. Und ein neues Lied kommt im nächsten Video. Und ein neues Lied.